weil er immer ineinander steckt ne die Hänzor hab ich nicht muss kitzengucken also ich hab Dinger noch da vorn weißt du wegen dem ah warte mal da könnte ich eigentlich wieder reingehen ah ich muss mal insel womit denn? hallo duge muss da mal eben hingehen kommst du wieder von hinten? hallo bleck ich geh mich mal abduschen ich hab ja mach mal geh bis das Film mal überall kochen und dann über hinschreiben Freude äh Freude Gesicht 2014 Alter das Ding ist gar nicht so übel das Ding ist übelts voll ne wir müssen ja mittlerweile irgendwas mit machen köpfig obwohl das geht noch Lenny bist du eigentlich scheiße warum baust du die Lorien und die Oloroks hä wie warum machst du das? das meinst du doch ich hab die Hänzor ich hab die Hänzor ich hab die Hänzor ich hab die Hänzor aber ich brauch nicht die Hänzor ich glaub ich brauch den Crusher Terra sowieso achja ja diese Push-App ist so unglaublich gut jetzt kann ich einfach Pushs vom Gesicht machen Pushs vom Gesicht hast du mir einen freigelassen? Danke WDF ja ich bin gut ne? ja Sauberman du bist behindertschau weißt du in einem Moment da hilft man ihm noch ne? und dann beleidigt er einen direkt hinterher du bist behindertschau neee neee oh jetzt nicht rum okay ich hab dich doch lieb nicht doch mal bitte du ist der gleiche ich dachte ich mach gleich wieder ein Selfie mit Hitler was was oh man ey komm mach mal mach du mal Meme Gesichter ganz ehrlich wer du neee dann wirst du berühmt ja als man da so krank im Kopf ist vielleicht kommst du auch kommst du auch um irgend so ne Werbung ja geil bitte nicht auf RTL zu spät ich habe heute in der Badewanne mein ich hab heute gar nicht gebadet unter der Dusche nein ich hab heute auch nicht geduscht so nach dem Motto bitte gucken sie so nach dem Motto gucken sie nicht RTL sonst kriegen sie so ein Gesicht ich bin er hat aber recht ich bin grad als RTL beleidigt RTL das war Übersteuerung hör mal auf die ganze Zeit Graphitbar wegzuschnurren bist du scheiße ich reg ja ich leg die ganze Zeit da in den Crafting Station ne jetzt ist es vorbei achst du achst du hast doch die ich vertreib da rein geh weg die Chatnachricht geh weg ja die kommt auch gleich geh weg geh in der Tür fest nein ich hab Standbild wenn die jetzt ist deine Chance dann töte ihn nein ich hab immer noch Standbild töte ihn der hat kein Standbild wie du mir hierher fliehst ich hab Standbild ich hab schon komm her du oh man ey na geil man kann nur so behindert sein nein nicht oh ich hab vergessen der Taste zu drücken Holz 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 oh Holz auch Holz 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 hat so Spaß ne? ja oh viel Spaß beim Sachen wiederfinden 1 2 3 4 so weit wie hier 6 mitgeflogen sind 1 2 3 4 wie machst du eigentlich so viel damage mit deiner Schraubel es geht es geht eh nie doch es geht nicht so viel 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 vielleicht dürfte ich jetzt bitte mal eine Spritze wieder haben ja kannst du gleich mit dir ja das war bei ähh na 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 ich sag doch hier kommt der Spritzenmann hast du Geld dabei? was soll es ist eine besonderer Droge boh wo steht Toni eigentlich rum warum sterb ich eigentlich ich hab im immer noch keine bal verauf WTF WTF lass sein lass sein Black wo bist du? einmal noch ey der hat mich geschlagen warum weil mir dich doch angezählt dass du bei mir wärst ich Hallo, WTF, das war ein High Five. Komm her. Da unten in der Kiste. Ganz unrecht. Hast du ihn gespritzt? Tu wieder rein. Doch, auch nicht! Dann hab ich wieder rausgeschlagen. Weinsau. Komm, schick uns auch ein Puch von deinem Gesicht. Zaaack. Oh, wie? Ich frisse. Bitte helfen wir mal glücklich hin. Pizza ist dabei, ich muss weg. Tschüss. Tschüss, tschüss. Mach mal ein Puch mit einem glücklichen und einem traurigen Gesicht. Und dann schreib ich dir hin, die Weihe tut's uns. Wer ist jetzt gegangen? Ach, Dede. Ja. Dede, 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 Dede. Dede, Dede, Dede. Dede, Dede, Dede. Guck mal, der heißt doch Dede und was ist mit Komkom? Komkom. Komkrafter. Oh, nicht Ananas kauf. Nein, Moment. Cockcrafter. Cockcrafter. Nein, Mann, komm. Lenni, wir müssen erstmal die Casings fertig bauen, bevor du eier Schuhe und Fliegelrods da reinhauen bauen kannst. Da reinhauen, hauen kannst. Ja, kackdirt, ey. Tschüss. Ich mach's nicht weg. Ich mach die Sauerei auch nicht weg. Nein, wir wissen nicht, wovon ich rede. Also, es ist nicht so schlimm. Ja. Ich mach dennoch die Sauerei nicht weg. Ihr wisst ja, Obsidian-Blöcke sind ja richtig scheiße abzubauen, ne? Ja. 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 Kennst du, es gibt ja auch Forge Micro-Blocks, ne? Ja. Da brauchst du für die kleinen Dinger mit genauso lang wie für die, äh, für Nob, Obsidian-Blöcke, ne? Ich glaub der trock kriegt jemanden. Nein. Nein. Wo ist nochmal D das Haus? Komm mal dahin, komm mal dahin. Wo ist das? Warte, 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 gleich. Lass uns bei dem zerstörten Baum treffen. Ne, ne, ähm, hinter dem zweiten musst du einfach hinlangfliegen. De, 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 de. Du weißt, wo das Nether-Portal ist, rechts davon. Zu lang. Rechts. 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 Ehrlich? Ich hab wieder einen Ecken gebaut. Das ist echt zu behindert, ne? Stopp den doch. Der weint doch nachher. Da hinten bei dem Baum? Ja. Nein. Ach ja, da fliegt jemand rum von uns. Oder fliegt ein Vieche? Nee, ich bin das nicht. Ein Viech gesagt. So. Ich bin das dennoch nicht. Doch. Ich bin das dennoch nicht. Wie lange hattest du eigentlich vor jetzt aufzunehmen? Vier Stunden. Minimum. Ach so. Alles klar. Mega. Eine Stunde, oder? Können wir ja machen. Wir können auch sechs machen. Wie lange war denn das jetzt? Ja. Okay, sechs Stunden. Stopp! De, de, de ist nett und tolerant. Wir müssen da rein. Nein, wir müssen da rein gehen. 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 Boah, das ist ne Stunde. Stunde 10 haben wir gleich. Versuch mal einen, so ein Ding abzubauen. Nein, der töte ihn nicht. Töte ihn nicht. Versuch mal einen, so ein Ding abzubauen. So, und jetzt suche ich das für den Jet auf. Mir kann doch nichts tun, aber tut er vielleicht gleichzeitig mit PP. Was wird hier jemand frech? Warum leckt das gerade? Ihr Kevins. Weil er rumfliegt der Affe. Zwei Meter von jeder seinem Haus weg. Ihr Kevins. Ey. Ja trotzdem fliegt zu deinem Mund noch nicht. Ey. Halt, stopp. Ich muss mir einen Push mal im Gesicht machen. Mach mal einen Push. Mal ganz ehrlich. Wie viel Döcke baut die Töte denn noch ab eigentlich? 11.580. Oh ja, GG hier habe ich ein Foto gemacht, wo ich meine Kamera umgedreht habe. Oh ja, geil. Zeig mal. Weg. Oh ja, wirst du behindert. Oh. Oh ja. Oh ja. So geil. Schlägt. Oh ja. Dann tut es auf. Oh, ich hab' ihn mit. Oh, ich hab' ihn mit. Oh, ich hab' ihn mit. So. Warte, wie lange die Enderkurve braucht, ne? Wie lange dieser Obsidian Corner zum Abbau braucht. Ja. Ist so gemein. Nicht? Hätte ich aber auch gemacht. Hallo. Ganz ehrlich. Ich bin mir noch nicht fertig. Aber das ist schon gemein, oder? Nö. Nein. Also wenn, äh. Ich schicke ihm mal einen Push, wie das da aussieht bei ihm. Ja, ich hab' ihn mit seinem, ich hab' ihn mit WhatsApp oder so. Äh. Mh. Internet. Du gehst auf, mit deinem PC machst du das. Steuerung. Schickt. Ja, ich weiß. Dir. Wie soll ich aber ihm den Push schicken, wenn er eh AFK ist? Mein Flash. Ach so. Hey, was hab' ich... Hä? Ich bin schon weg. Oh. Du musst unbedingt sehen, wie das bei dir aussieht. Ich bin nett und toll. Das sieht super aus. Mhm. Echt so super. Ja. Boah, wie das grad am lecken ist, ne? Wird mich traurig. Wird mich traurig. Leck, du Fotze. Der Pedo aus dem Tonstudio. Das geht eigentlich gerade. TPU 20% und RAM 43. Ich find' das jetzt nicht nett, dass du Tempe beleidigst, ne? Hä, wat? Hä? Ferold? Hä, wat? Hä? Ich hab' nur Pedo aus dem Tonstudio gesagt. Ja. Ich glaub' du meinst Tempe. Nee, ich hab' nicht. Ich bin grad wieder neuen Pusch am Laden. Oh, bist du leise? Hm. Weil er behindert ist. Darum. Also, das Mikro sieht ja so an sich ja ganz gut aus auf seinem Pusch, aber das hässliche Gesicht dazu, ne? Ja, zu schaffen machen. Oh geil, dein Pusch! Na, Pusch! PUSCH! Hast du von deinem hässlichen Gesicht wieder? Ja. Mit Ausschnitt. Bitte. Jawohl! Jawohl! Kannst du nicht ernsthaft Memes davon machen? Komm schon. Ich würd' das so feiern. Wie? Das war das! Was denn? Hat ich's bei euch auch grad was explodiert? Ja, das hat sich angehört als wie irgendeine Atomrakete oder so. Wahrscheinlich ist grad ein Meteorit eingeschlagen. Oh, nee! Oh! Oh, da! Ja, Bretterbaum, noch mal ab! Nein, das ist keine Firepoten... Haben wir ausgemacht. Das hier brennt. Ach, Max, ich seh keinen Bau... äh, keinen Bau... Ach, da hinten! Kein Meteor. Wir sind ne riesen Qualmbrücke eigentlich in der Luft. Lenny, mach mal hin! Hör auf, die auf meinen Pusch an abzufacken. Pfff, pffp, 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 pffp. Bläst flirsch dich grad selber. Pfff, pffp, 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 pfff, pffp.